Öffne die Pippe auf, ne? Blumenkohl am Willemann Mensch, wie kommt denn der da dran? Es sieht so aus, als hätte ich Leber an meinen Schlauch Das kommt vielleicht vom heutigen Gebrauch Ha! He! Mein Penis, der tut weh! Ha! He! Mein Penis, der tut weh! Das wären ja auch mehr Der tut weh! Wie kommt die Pippe auf?